Stille Ja, ich warte Ich warte 1800 Pairs Ich bin ein Game Ich auch Bruno Son Scheiß Viech Was, Dahl, schenkt uns was? Kein Arsch, in die Wasser Oh, Freddy und Kirschi, wo seid ihr? In dir Ja Vermutlich wirklich Erwahrungspunktmodul, danke Digitalisträgermodul Danke Bitte Bereit? Oha Ach Gott, was hab ich denn für eine hohe Mausempfindlichkeit? Guck mal, wie süß ich bin Herzlich willkommen zu Borderlands Einem neuen Let's Play von uns Drine Oh, ich hab Kammerjäger-Symbol gefunden Kann man das aktivieren Äh, Borderlands 2 Alter, das kostet mich richtig an, Alter Das sind nicht die Farben aus Borderlands 2 Man kann es nicht anmachen Ich hab ne so hohe Mausempfindlichkeit, sorry, ich muss sie jetzt kurz runterschellen Freddy, weißt du, was ich jetzt erst mal mache? Die erste Kiste hier öffnen Genau das, und ich bin jetzt auch fast drauf gewesen gerade Ja, das geht jetzt Ich komm ja nicht hoch Ja, du kommst ja da auch nicht hoch, glaub ich Doch, ich bin oben Ich fülle auch Schade Und das war die erste Kiste Hey, erstmal schon die Waffen wechseln Ich hab grad 117 Dollar Oh, hi Alles lecklooten Snacken Äh, und Ja Ah, sie Ist die besser als meine Oh, die ist für Level 4 Können wir sowieso nicht benutzen Äh, wir haben uns einfach mal entschieden, Borderlands 1 zu let's play Nachdem wir Borderlands 2 durchgespielt haben Also jedenfalls, äh, Fishy und ich Und Kirschy hat's einfach nicht, weil er uns hasst Ja Hast du grad auf Clubtrap geschossen? Bisschen höchstens Na, ich hab dann eigentlich so nach da geschossen einfach nur Kann man eigentlich einen Mod einfügen, wo man ihn töten kann? Pssst, er redet Dein scheiß Maul Bisscht, er redet Fackviech Bisscht, er redet Einzige, was ich gern aktivieren würde, wäre mein Schaden in sein Gesicht Mhm Cool Ach nee, ich brauch rote Haare, Alter, steh ich drauf Ich muss mal ganz kurz in die Option gehen, weil ich meinen Knife nicht auf meinen Maus hab und das hasse ich so weit Ah, ich muss meinen Knife auch noch um... hab ich's nicht gespeichert? Ich hab's nicht gespeichert, ach Fick dich Ähm, ich muss meinen Knife gleich auch noch umstellen Also ich stell jetzt erstmal kurz die Charakter von uns allen vor Damit ihr die auch kennt Und Ansonsten kennt ihr die ja gar nicht Hä? Aber Escape bestätigen und beenden? Fick dich! Ist mir jetzt egal Also pass auf, ich bin Lilith, äh, ich bin die kleine süße Sirene, die so ein bisschen auf den Nahkampf geht Äh, er, also Kishi, ist Brick, er ist der dicke Typ, der eigentlich nur mit zwei Fäusten drauf hämmert Oh yeah Und Freddy ist der Sniper Freddy ist Mordecai Freddy ist Mordecai Und, ja, er sniper halt Und ich muss mal kurz in den Optionen mein Knife auf meine Maus legen Du bist fast so dumm wie ich Maus Halt die Fresse, Klöpfe! Halt die Fresse, Klöpfe! Mir fällt grad auf, Fischi ist die Gangbang-Schlampe Ja, aber versuchen wir mich anzufassen Du weißt nicht, was in Borderlands 2 mit mir ist Äh, habt ihr grad einen Kampf angefachten? Ich hab' keine Ahnung Ich hab' dich verprügel, glaub' ich Geht das nochmal? So Du schlägst ihn mit deinem, denkst du Schlag' ihn auch dann, dann habt ihr einen Fight Ich weiß nicht, auf welche Tast ich schlagen kann V V Aber ist schon zu Ende Dann lass uns mal, äh, weitergehen Ist die Special-Dingens immer noch F? Äh, F, 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 Freddy, F? Ich glaub' es ist, wir haben die noch, die kriegen wir mit Level 5, weißt du noch? Hä? What? Oh, jeez Rastet halt aus Ist schon okay? Ich hoffe, der Sound passt jetzt ungefähr, Alter Alter Der fährt fast so wie ich Aber eher L Der fährt besser als ich Ich würd' dir sagen, das ist nicht schwer, aber das ist ja gemein Man duckt sich hier auf C, das ist ein Kotzen Kannst du auch umstellen Äh, ich mach' mal ein ganz bisschen lauter Und ich leg' das noch mal nicht auf C, sondern auf Steuerung Weil mir das auf Eier geht Ah, schön Oh, Arbeider bei Lieben Okay Was macht ihr da? Ich stell' noch um Ähm, okay, dann schieß' ich halt auf die Leute hier Schon in Ordnung? Ich treffe nicht Ich treff' nicht Ich treff' nicht Ich treff' auch irgendwie nur beschissen Lass' mir mal einen, ich will einen nifen Lass' mir den, lass' mir den Ich mach' die ganze Munition Ich mach' gar kein Schild Ich mach' überhaupt keinen Schaden, Alter Bastard, ich bin fast tot Ich bin auf ihn drauf gesprungen Ähm Gibt's nie eine rausgefallen Ich wollt' irgendwas sagen, aber ich hab's vergessen Balllands ist super Balllands ist supergeil Äh, wir kennen das Spiel Der ersten Teil zumindest Aber So die anderen Teile nicht Also wir haben das erste Gebiet Nicht mal durchgespielt Aber ich hatte da schon mal durchgespielt Oh, da ist er noch Und Und der Gore ist besser Ah Du musst mich einfach nur von den beiden hier fernhalten Und dann überlebe ich schon Springen sie die ganze Zeit selber wieder Freddy, hier liegt Sniper-Munition für dich Man teilt die Munition ja nicht Leben Wo ist die? Wo ist die? Danke Man teilt die Munition ja hier nicht Was haben wir schon verwischt Was sind denn? Geht gerne Halbort Du bist so ein Assis ernsthaft Tch Ne, also das find ich mal lustig Ich mein, da liegen vier Waffen Du bist einfach alle blitzig Ich mein, wenn da so ein Scheiß Ich hab nur zwei genommen Was ist das hier? Nein, ich hab drei genommen, sorry Ich hab eins, vier genommen Du kriegst aber gleich alle Nein, ich hab drei genommen Du kriegst gleich welche Ich wollt' einfach nur Ich kenn dich, du lootest Wo ist mein Inventar? Du kennst mich eben nicht, weil ich brauche Ich hab ja keine Ich nutze dich nie den ganzen Scheiß Ich hab ja nichts Oh mein Gott alter Ja, wir, wir, wir sind immer so Hahaha Da liegen die zwei anderen Welche nehm ich davon? Die sind beide, ich nehm die hier Da Okay Wir haben einen Shotgun Na, wir müssen hier durchkriechen Wie mich dieses Ding auf den Sack geht Ja, wir müssen hier durchkriechen Ähm, das ich ja schon umgestellt hab Ach, wir sind immer so ein bisschen speziell in äh In Borderlands, weil wir Nehmen gerne alles mit und Labern dann erstmal schon rum Bevor wir irgendwas machen, weil wir dumm sind Ja Ja, das heißt es wird ein sehr langes Und sehr gründliches Let's Play Freddy, Freddy, Freddy Gründlich Das ist eine schöne Umschreibung Ach du Scheiße Tja, wir helfen jetzt Nein, wir helfen ihm nicht Kisch, wir gehen Kisch, wir gehen Kisch ist ein netter Mensch Außer bin ich die Nutte Man muss mir helfen Ja Ich hab dich nicht Ich krieg ja dann dafür hoffentlich auch ne Nen Gerechtfertigte Entschädigung Ein Happy End Ähm Genau Oh guck mal, Munition Tausend Munition Alles meins, alles meins So viel Munition Ich bin voll Das Problem ist, ich nicht Ich hab keine Munition mehr Und ich hab ne SMG Ist da SMG? Ist da SMG? Keine Ahnung Ne Pistolen Munition, okay Alter, meine Sniper schießt so lange Boah, wie wenn ich die ohne rausfällt Oh, hier ist über SMG Munition Ich hab das Verhaut gesammelt Ist halt aufhundert Ist das auch nochmal SMG? Geld, 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 Geld SMG Ich weiß gar nicht mal, ob das unter allen aufgeteilt wird in Borderlands 1 Also das Geld schon Okay, das ist gut Ja, die Munition nicht Das ist in Borderlands 1 Oh, ist wohl er Jesus Wir haben erst beide drauf geschossen Aber was überhaupt? Ist das hier? Oh, Shotgun Munition 24 SMG Munition Ja, ich spiele das Spiel durch, während ihr euch da den Loot anguckt Ja Oh, oh Na dann, viel Spaß Was? Oh Ich bin ein Mädchen Ah, Shotgun Munition Shotgun, Shotgun Oh, ich hab ein paar Framer Ich hab grad auf SMG Na, ich hab auch nur wieder welche Okay Äh, fuck Hab versehen, die Munition für dich eingesammelt Diese verdammten Banditen lassen uns einfach nicht in Ruhe Na, Doktor Z Na, Doktor Z Das Feuer ist ja heiß Das Feuer ist ja heiß Mach schon Oh, er lässt uns rein Die blöden Strompreise sind wie vor Ready Muni Versuchs mal mit dem Schalter da draußen Der Doktor ist da Hier Naja, alles was ein bisschen grün ist, dass man Das kann man aufsammeln oder benutzen oder so Briefkästen kann man übrigens auch drauf machen und die sind nicht unbedingt offen Wo läufst du hin? Weiß ich nicht Abgehen Hier Einfach nur rumlaufen Because why you're fucking girl Okay, dann lass ich das erstmal zu, bevor ihr fertig seid Ja, dann mach doch auf Okay Ich war grad nur ein bisschen verrückt, ich wusste nicht wo ich hin soll Leiche Pass auf Doktor Z ist mir sympathisch Hallo, Mira Ja Oh 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 Du kannst du alles kaufen, was ein Arzt dir auch verschreiben würde Bloß ohne die alte Predigtmarke Die Kammer ist ein Mythos, sie werden sich den Tod holen Danke Okay Der Doktor ist da Zack Also vorlesen werden wir nicht alles, aber so halbwegs alles anhören, weil's interessant ist Ja 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 Hast du den Timer gestellt? Ja, na klar hab ich den Timer gestellt Neun Minuten noch Claptrap war in mir Ich fühl mich vergewaltigt Das würd ich aber auch Ja, ist doch besser so Ich bräuchte ein bisschen Leben Ja Ihr steht doch beide erstmal auf dem Grab Sei doch froh, dass wir's nicht ausgraben Ist mein V-Sync nicht an? Es gibt kein V-Sync Kein V-Sync, sagst du? Oh, nächstes Level Oh, nur Fischi, ich war gestorben Bin auch Ich glaub ich hab so ein bisschen Lags Äh, Freddy? Oh, ich bin voll Äh, Akashi, die Munition Ja, ich kann nichts mehr aufheben Ich bin voll Ich hab ganz technisch Nein Ein Scheißdreck Nein Nein, nein Ich hab auch das Cap gedrückt Ich kann nichts annehmen Weil ich grad im... Ich hab grad rausgetappt Ich hab Escape gedrückt einfach Ich hab auch Escape gedrückt Äh... Ja, und ich kann nichts machen Weil ich grad im Hinüber Also... Nein, ich kann nicht Jetzt geht's Dreck! Dreck! Ja, ich hab grad rausgetappt Aus Versehen, weil ich ihn dumm kam Wir kommen aber ohne ihn hier leider nicht raus Ohhhh... Der kleine Roboter ist da kramponiert So hält er immer lang durch Na... Warte, warte, warte Gibt's dem grad'n Fick? Ich hab ins Gesicht gekackt Ja Das ist ja erst Das ist ja erst Das ist ja erst Das ist ja erst Wir brauchen ein Reparatur-Kit Und das gibt es... Da... Ja Es gibt keinen Fausen Hab ich auch schon rausgefunden Äh... Wir sind ja gelevelled alle Ja, aber wir kriegen keinen Skillpunkt Wir kriegen erst zu Level 5 Ha! Geil! Ich hase dich! Bitte... Geh aus meinen Augen Sterbe? Er scheint okay zu sein Es wird Zeit Du musst deine Fahrt übernehmen Auf der Reise, die vor dir liegt Ach dir Gott, wenn die Tür auf Und deinen Lass uns in Ruhe Piss dich scheiß Viech Oh, jetzt mach ich mir diese scheiß Geräusche Warte, warte, warte Ich will den... den... Aua Ich will auf den Kopf springen Okay, lassen wir's da Erstmal Drecke! 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 Ich bin fast groß Wenn du nicht erschießen hast, hätte ich beide bekommen Danke Assi Die Munition Da ist noch nichts an für mich Wir sehen uns gleich Kriegst du nicht Ich verbrannt Danke Ah, mein... Das ist meine Munition aus Juden Meine Nase juckt grad ein bisschen Das ist bisschen... Bisschen ungelebt Mach mal Munition Ah, ist das ekelhaft Oh, ich bin voll War das voll? Äh, war das ekelhaft? Meine Nase juckt Claptrapper ist ekelhafter Fuck Und nächste Quest Reparaturbedürftig Okay Äh, wir sollen ein bisschen Scheiße besorgen Um die Rep... äh... Um die Media Automaten zu reparieren Okay, soll ich nur einen Teil besorgen? Nein, zwei Egal! Nein! Ah, stimmt Energie Coppler Energie Coppler Ich hab einfach Freddy hinterher Karte! Halt die Tab gedrückt, um die Karte zu öffnen Danke In Borderlands 2 hat man noch eine Karte dauerhaft, oder nicht? Eine kleine Nein Nein, okay Ähm, das war es hinter dir Ganz dritte, ey! Kishi hinter dir auch Ja, ich bin schon dabei Au, Kishi, Hilfe! Kishi ist doch schon Kishi, worst support ever OMG, report Noob, noob, noob Rito wird dich bannen Wer? Rito Rito Riot Games Oh Von LOL Kennst du LOL? Ja, ich kenn LOL Leider Denken wir auch hier, das ist unser Best Game Ever Best Game Never Vergiss nicht den Wegpunkt auf deinem Hatsu am Arsch Ich kenn ein bisschen Rollenspiele Ah Freddy schreit einfach die ganze Zeit Das heißt, es wird ein bisschen lauter Ich schreie ganze Zeit Dann noch 5 Minuten Ich erhebe nur ein bisschen meine Stimme, aber ist was anderes Ich hebe meine Stimme Ich werde danach einmal in Steam-Off gehen Wenn ich dadurch nicht aus dem Spiel fliege Weil ich die ganze Zeit Nachrichten kriege von Freunden, die irgendwas zocken Der macht das aus Ich hab mir den besten Stück gekauft, der Masseboot war War schon klar Und dir dafür ein Erste-Hilfe-Kit zulegen Ist der besser als die ganzen anderen Shields, die hier sind? Ja, ein bisschen Scheißegal, Shields ist angelegt Eins Oh, die nehm ich Die haben doch keine Waffe gekriegt, ne? Ich hab drei Waffen gekriegt Die Flasche kaputt machen Ich hab den Sniper bekommen und die beiden Pistolen Oh, die ist geil Ich hab ne Pistole und die Dahl Keiner von uns gibt die Quest ab, wir rennen alle weg Ich dachte du hast die abgeliefert Die Leute trauen dir noch nicht Um die Kammer zu finden, brauchst du die Hilfe der Leute hier Was für ne Kammer? Die Kammer des Schreckens Der Geheimnis bei seinem Problem mit Nine Toes hilfst Der Geheimnis bei Pornokiller Ja, Mäuschen Ja Die kennen wir doch, ne Fischi Ja klar, aber mich kennen wir doch auch, ne? Schleck, schleck Hallo Wille Dead ass Dead ass Dead ass Dead ass Dead ass Dead ass Ich vergesse immer, dass man mich verduscht hat Oh mein Gott, das ist so schön Nein, das bin ich Kirschi He he Oh, ich war Skacks Oh Kommt den Platz sicher, die hab ich gar nicht gemerkt Oh, ein Pisser Also dem ersten hab ich eben ins Maul geschossen, dem zweiten auch Ins Mull? Ins Mull Voll in dem Mull In dem Mull Wollen wir jetzt schon Was? Ihr lauft in 3 verschiedene Richtungen und ich stehe in der Mitte Ja, ich war grad aufm Weg zu Ich wollte euch die Quest machen Ja, bin ich dabei Okay Dann halt Questen Banditen? Ja, Lilith ist ohne ihre Skills ein bisschen sinnlos Au Bist du nützlos? Nein, ist ich nicht Da geht ne Pistole rum Ja Ich bin eh da Hau drauf Typ, der direkt reinläuft Sprik Spritziert auf die Muschi Heuer Heuer Hier ist hier ne Shotgun für dich Hm? Nächstes Level Shotgun? Ich hör den Shotgun? Ich bin Shotgun Ja hier Wo? Ich glaub ich mach die Zielhilfe auch Die kostet mich grad so ein bisschen Und Freddy, Munition für dich Und Munition für dich Freddy Sammle die Scheiß mit der Munition auf Wir haben genug Geld schon um was zu kaufen Weißt du? Okay, hier liegt ne Shotgun für dich Da Wo? Da Ah, da hinten Heuer Die Zielhilfe ist ein bisschen ekelhaft Die mach ich nicht mal aus Oh yeah Shotgun auf die Shotgun Shotgun auf die Shotgun Wir haben eine Knarre gefunden Wie kann man die nochmal vergleichen? Ehe Okay Musst du sparen Ich lass die Shotgun Ich lass die Shotgun Ich lass die Shotgun Okay, ich nehm die Terrible Scattergun Aber die ist Terrible schlecht Egal Ja Ich bin jetzt schon wieder hin Du bist Batman Was anderes Wer von uns beiden hat ein Schwert? Ich, he? Okay, ich hab eine Machete Aber das war dasselbe Woher? Seit wann hast du eine Machete? Schlag mal Nein, mach nochmal Guck mich dabei an Nochmal Also die beiden pimmeln da hinten rum Und ich spreche mit Zelda Du hast irgendwie so'n So'n Hammer oder so Cool TK Baha getroffen TK? Cool Treffen mit TK Baha Ja, TK Baha ist ziemlich cool Von daher machen wir das Die kennen wir auch Kriegen Anruf? Egal, gehen wir dran Musst ihn wegdrücken? Ja Einfach ignorieren Ja, Freddy ist schon wiederfahrt mit TK Ich war einfach mit Kishi am, 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 beim Tor Und dann ist Kishi immer weit, dass du die gerannt hast Obwohl die Quests angenommen hast Und ich Einfach Ja, ich war grad abgelenkt 25 Sekunden noch Lass uns TK Baha in der nächsten, äh, Folge machen Okay Okay Dann Bis zum nächsten Mal Haut rein und tschau Oder was? Ja, ich wollte mich schon noch so auf diese So kurz vor die TK stellen Hast du das seit 25 Sekunden? Ich dachte Und hier so Tschüss sagen jetzt Oh, okay Bevor wir ihn sehen Ja, bis zum nächsten Mal Haut rein und tschüss Haut rein und tschüss Tschüss